Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video. Heutiges Thema ist Lightroom, genauer gesagt Lightroom 6. Da möchte ich euch heute zeigen, wie man beim Import ganz bequem einzelne Fotos im Import-Dialog auswählen kann, ohne dabei immer wieder dieses lästige kleine Häkchen verwenden zu müssen. Und dazu springen wir direkt mal in Lightroom. Ja, hier in Lightroom in der Version 6, wie ich schon erwähnt hatte, gehen wir erst einmal in das Importieren-Modul oder in den Import-Dialog. Ob das in Vorgänger-Versionen auch so funktioniert, kann ich nicht sagen, aber zumindest hier in der Version 6, die ja die aktuelle Version ist, funktioniert das Ganze. Wir wählen also zuerst einmal auf der linken Seite hier unsere Quelle aus, von der aus wir die Fotos importieren möchten. Und dabei ist es jetzt egal, ob das jetzt wie bei mir hier eine externe Festplatte ist oder ob das vielleicht eine SD-Karte ist oder sonstiges. Der Import-Dialog ist an der Stelle immer gleich. Also wir wählen mal unseren Quellordner aus. In meinem Fall, weil es egal ist, sage ich jetzt mal, was wir dazu hernehmen, verwende ich jetzt mal hier diesen Ordner aus einem der letzten Urlaube. Und ihr seht schon, standardmäßig ist hier in Lightroom alles markiert. Das heißt, an allen Fotos, die jetzt angezeigt werden, ist standardmäßig dieses Häkelchen drin. Ob man das auch standardmäßig auf Aus haben kann, habe ich mich noch nicht damit befasst. Könnte durchaus sein, aber hier in meinem Fall ist es eben so, das Häkelchen ist standardmäßig gesetzt. So, wir könnten jetzt zum Import schreiten. Allerdings ist es doch, denke ich, so, dass es jetzt zumindest bei mir ist es so, dass man doch beim Import nicht blind alle Fotos importieren möchte, sondern man möchte ja nur die Fotos importieren, mit denen man was anfangen kann. Ja, also wie jetzt hier in dem Fall ist eine sehr hohe Menge an Ausschuss auch dabei. Und die möchte ich ganz einfach nicht importieren, weil das wäre ja unnütz. Und wenn wir die Kopie-Funktion verwenden, hier wäre es ja auch noch dazu unnützer Speicherplatzverschwendung. Also würde ich jetzt hier gerne erstmal eine Vorauswahl treffen und nur die Fotos hier anhaken, die ich auch tatsächlich importieren möchte. So, und jetzt ist es so, ich kann diese Fotos alle demarkieren. Ja, dann schauen die alle so aus und könnte mir jetzt hier durch diese ganze Latte von Fotos, könnte ich durchscrollen und immer das Foto raussuchen und hier genau auf das Kästchen zielen, das ich letztendlich auch importieren möchte. Ja, das ist eine sehr mühselige Arbeit, weil man ja immer wieder auf dieses kleine Kästchen mit der Maus hier zielen muss und das auch tatsächlich dann anklicken muss. Mir persönlich ist das zu umständlich und es ist nervig, das Ganze. Mir wäre lieber, wenn ich bei den Fotos einfach blind hier klicken könnte. Also das geht eine Ecke schneller und das wäre doch super, wenn man die Fotos so auswählen könnte, ohne auf dieses Kästchen hier zu zielen. So, nun ist es so, dass man ja auch mit, im Falle Windows, auch mit Tastenkombinationen hier arbeiten kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier die Steuerungstaste gedrückt halten und könnte jetzt hier einzelne Fotos markieren und beim nochmaligen Anklicken auch wieder demarkieren. Das ist alles wunderschön, nur fehlt mir bei dem Prozess ganz einfach das Häkelchen, weil das Häkelchen setzt sich nicht von selbst, indem ich hier einfach nur die Fotos markiere, sondern das Häkelchen muss ich tatsächlich selbst setzen. So, und jetzt gibt es hier eine gute Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu verkürzen, die Fotos trotzdem so zu markieren und das Häkelchen nur einmal setzen zu müssen. Und zwar ist es ganz einfach, ich gehe hier hin, jetzt drücke ich wieder die Steuerungstaste und wähle hier einige Fotos aus und dann setze ich nur bei einem einzigen Foto das Häkelchen und schon sind alle angehakt. Also das finde ich ist eine enorme, enorme, wirklich enorme Erleichterung und geht natürlich auch mit der Shift-Taste. Das heißt, also ich demarkiere das Ganze jetzt nochmal und würde dann, wenn man einen ganzen Fotoblock hier importieren möchte, geht natürlich auch, ich klicke das erste Foto an, drücke und halte die Shift-Taste, klicke dieses Foto an und würde jetzt diesen ganzen Block hier importieren, setze hier zum Beispiel bei dem einen Foto das Häkelchen, mag es weg, dann sind wieder alle demarkiert. Also das finde ich ist eine super Sache, dass das so schnell möglich ist. Natürlich kann man auch noch zusätzlich zu diesem markierten Block mit der Steuerungstaste, indem ich die drücke und gedrückt halte, trotzdem noch einzelne Fotos dazunehmen, würde die dann auch anhaken, eines davon anhaken und alle sind markiert. Und dann könnt ihr hier meine weiteren Import-Einstellungen vornehmen, das heißt, würde hier einen Dateinamen angeben können und würde hier noch einen Adner angeben können, in den diese Fotos dann in Lightroom im Katalog importiert werden. Ja, ist eine super Sache und ist viel schöner, wie wenn man wirklich zu jedem Foto hier genau zielen muss, das ist wirklich nervig, ne? Zu jedem Foto hier genau zielen muss, um dieses Kästchen hier zu treffen und dieses Häkelchen hier zu setzen. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant für den einen oder anderen und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Ich veröffentliche in unregelmäßigen Abständen immer wieder Videos zum Thema Digitalfotografie und Videografie und würde mich daher über ein Abo natürlich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.